FIT IN DEUTSCH 1 HÖREN Dieser Test hat zwei Teile. Lies zuerst die Aufgaben, höre dann den Text dazu. Schreibe am Ende deine Lösungen auf den Antwortbogen. Teil 1 Du hörst drei Nachrichten am Telefon. Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. Kreuze an A, B oder C. Du hörst jede Nachricht zweimal. Beispiel Wen ruft Frank an? Hallo Uwe, hier ist Frank. Sag mal, gehst du auch zu der Party von Sabine? Hast du schon ein Geschenk? Ich habe keine Ahnung, was ihr gefällt. Weißt du was? Bitte ruf mich bald an. Danke. Tschüss. Hallo Uwe, hier ist Frank. Sag mal, gehst du auch zu der Party von Sabine? Hast du schon ein Geschenk? Ich habe keine Ahnung, was ihr gefällt. Weißt du was? Bitte ruf mich bald an. Danke. Tschüss. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ihr gefällt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, is mir Fuldan. ária Ahnung, es ist keine Ahnung. Mit 3 Also,drogster stark – j computers und覺et 운영. Wir brauchen, wenn ist Frank an? Wenn Frank ein Freund ist, dann wird Frank an den Namen. Wir haben den Namen von Frank an. Hallo, Uwe. Hier ist Frank. Das ist er, Uwe. Lies die Aufgaben 1 und 2. Jetzt hörst du die erste Nachricht am Telefon. Hallo, Petra. Ich bin's, Nora. Du, ich kann heute nicht mit dir schwimmen gehen. Das tut mir wirklich leid. Aber heute wird mein kleiner Bruder 5 und da muss ich zu Hause bleiben. Kindergeburtstag feiern. Vielleicht klappt es ja mit dem Schwimmen nächsten Dienstag. Hast du da Zeit? Ruf mich bitte schnell zurück. Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zur Aufgabe 1 und 2. Hallo, Petra. Ich bin's, Nora. Du, ich kann heute nicht mit dir schwimmen gehen. Das tut mir wirklich leid. Aber heute wird mein kleiner Bruder 5 und da muss ich zu Hause bleiben. Kindergeburtstag feiern. Vielleicht klappt es ja mit dem Schwimmen nächsten Dienstag. Hast du da Zeit? Ruf mich bitte schnell zurück. Nora kann nicht zum Schuhfest, zum Schwimmen, zum Reiten. Hallo, Petra. Ich bin's, Nora. Du, ich kann heute nicht mit dir schwimmen gehen. Das tut mir wirklich leid. Vorfang, mal hin zu den Schuhfest, ich bin's, Nora. Ich bin's, Nora. Ich bin's, Nora. Nora kann nicht zum Schwimmen. Sie hat Zeit am Dienstag, nächsten Donnerstag, Dienstag in zwei Wochen. Aber heute wird mein kleiner Bruder 5 und da muss ich zu Hause bleiben. Kindergeburtstag feiern. Vielleicht klappt es ja mit dem Schwimmen nächsten Dienstag. Hast du da Zeit? Ruf mich bitte schnell zurück. Die Ausnahme wird es, dass die Justy-Stand in zwei Wochen, im Die Ausnahme wird sie, zum Schuhfest, zum Schuhfest. Ja, da sind wir auch hier in den Geheimdiensten. Geheimdiensten, beim Zing. Ok. Da ist diese Ausnahme genie. Oh danke. Das ist meine Ausnahme ist nicht. Zu dir, diese Ausnahme steht, das ist nicht, Am Dienstag. Lies die Aufgaben 3 und 4. Jetzt hörst du die zweite Nachricht am Telefon. Hallo Alex, Manuel hier. Eine Frage, du gehst doch auch zu Monas Party. Wie kommst du denn da hin? Möchtest du mit uns fahren? Meine Mutter bringt mich mit dem Auto hin. Ich spiele nämlich auf der Party den DJ und ich kann meine vielen CDs nicht auf dem Fahrrad mitnehmen. Sag bitte bald Bescheid. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Hallo Alex, Manuel hier. Eine Frage, du gehst doch auch zu Monas Party. Wie kommst du denn da hin? Möchtest du mit uns fahren? Meine Mutter bringt mich mit dem Auto hin. Ich spiele nämlich auf der Party den DJ und ich kann meine vielen CDs nicht auf dem Fahrrad mitnehmen. Sag bitte bald Bescheid. Manuel kommt mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit dem Bus. Manuel bringt zu Monas Party mit. Ich spiele nämlich auf der Party den DJ und ich kann meine vielen CDs nicht auf dem Fahrrad mitnehmen. Sag bitte bald Bescheid. Bei einem Lucan von Monas Party, sie holen würde mich mit der Party, mit dem Fahrrad mit dem Fahrrad mit dem Fahrrad mitnehmen. und ich spiele sogar ein Solostück am Klavier. Also, ich freue mich sehr, wenn du kommst. Das Konzert ist um 16 Uhr in der Musikschule. Die ist direkt am Marktplatz. Also hoffentlich bis morgen. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zur Aufgabe 5 und 6. Hallo Jana, hier spricht Paul. Wir haben doch morgen in der Musikschule ein Konzert und ich spiele sogar ein Solostück am Klavier. Also, ich freue mich sehr, wenn du kommst. Das Konzert ist um 16 Uhr in der Musikschule. Die ist direkt am Marktplatz. Also hoffentlich bis morgen. Paul spielt Klavier? Spielt Gitarre, singt. Hallo Jana, hier spricht Paul. Wir haben doch morgen in der Musikschule ein Konzert und ich spiele sogar ein Solostück am Klavier. Die Musikschule ist neben der Schule am Bahnhof, am Marktplatz. Also, ich freue mich sehr, wenn du kommst. Das Konzert ist um 16 Uhr in der Musikschule. Die ist direkt am Marktplatz. Also hoffentlich bis morgen. Die Musikschule ist die Musikschule ist. Die Musikschule ist die Musikschule. Die Musikschule ist die Musikschule. Die Musikschule ist die Musikschule. Die Musikschule ist die Musikschule.